Hallo zusammen, I Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das Ende eines Priesters als Horde-Priester anzunehmen bei Grundsatz Rock auf der Winsel des Verbanden an dieser Position. 4Quest war die Vorräte aufstocken. Solltet ihr weitere Fragen haben zu 4Quest oder 4G Quest, schaut bitte in die Videobeschreibung, da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, wo ich die komplette Insel des Verbanden am Stück aufgenommen habe. Ja, natürlich unterscheiden sich die Quests ein bisschen, je nachdem welche Klasse man hochspielt, aber eventuell helfen sie euch weiter. Und hier bin ich schon, man soll mit Shazul sprechen, hier wisst ihr. Die Quest ist abzugeben bei Shazul auf der Insel des Verbanden an dieser Position. Noch ein bisschen die Umgebung. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv beträftet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Knopf ein. Bis weiterhin findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Heizoke, Ende. Wir sehen uns wieder um da ein paar Seiten. Wir sehen uns wieder einige Minuten von den I. Dann ihr wir den, wir sehen uns wieder. Untertitelung des ZDF, 2020